Moin Leute, Kassandra hier. Ähm, ach ne, das war jemand anderes. Auf jeden Fall erzähle ich euch heute, warum ich Kassandra spielen werde und warum ihr das auch tun solltet, oder nicht, wenn ihr das nicht wollt. Schon fast gebetsmühlenartig werde ich jetzt runterrattern, dass ihr noch im Gewinnspiel teilnehmen solltet, aber an alle, die es jetzt immer noch nicht gecheckt haben, bis zum 28. läuft hier auf meinem Kanal ein Assassin's Creed Odyssey Key Verlosung. Einfach den Hashtag Assassin's Creed Odyssey Key in die Kommentare schreiben, meinen Kanal abonnieren und dann natürlich auch noch eine Bewertung fürs Video dalassen, die nicht zum Gewinnspiel dazugehört, worüber ich mich aber wirklich freuen würde. Viel Erfolg! Ach, und wo ich schon mal dabei bin, am 28. selber kommt hier das heftigste Video auf meinem Kanal raus, was es jemals gab. Unter diesem Video wird es dann auch ein Gewinnspiel geben. Markiert euch also schon mal den 28. September im Kalender. Da werdet ihr hier um 12 Uhr ein neues Video sehen und wenn ihr schnell dabei seid, dann könnt ihr zu einem der Gewinner eines neuen Assassin's Creed Odyssey Keys gehören. Deswegen bleibt da auf jeden Fall aufmerksam. Worum ging es jetzt nochmal? Ach ja, genau. Kassandra. Ich werde Kassandra spielen, Leute. Und ich werde euch heute erzählen, warum. Und ihr könnt euch ja dann auch überlegen, wen ihr zocken werdet. Ich habe da schon mal so ein Video drüber gemacht. Alexios ist falsch in Assassin's Creed Odyssey. Und das möchte ich jetzt natürlich nochmal von einem anderen Standpunkt beleuchten. In diesem Video habe ich euch erklärt, dass Kassandra offiziell bestätigt von Ubisoft Kanon ist. Kanon bedeutet, dass Ubisoft das Spiel auf Kassandra geschrieben hat. Die ganze Story wurde um Kassandra aufgebaut und im Endeffekt ist Alexios einfach nur weiter hinzugefügt. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich werde Kassandra zocken. Kassandra ist ein Charakter, der nicht sonderlich edgy wirkt. Also man hat eigentlich keinen wirklich charaktervollen Charakter. Da ist zumindest mein erster Eindruck, muss ich sagen. Gerade auch, weil eben Alexios so austauschbar mit ihr ist. Aber ich glaube, dass das dem gar nicht viel abtut. Ich denke mal, Kassandra wird etwas besser in die Story passen als Alexios selber, weil es eben dafür geschrieben wurde. Das heißt, für mich wird wahrscheinlich auch das Erlebnis insgesamt dann ein bisschen besser sein, weil bestimmte Ereignisse vielleicht aus ihrer Perspektive anders beleuchtet werden, weil sie einfach vielleicht so eine weibliche Intuition haben könnte. Ich meine, damit kann ich mich nicht wirklich identifizieren, aber man kann es ja mal probieren oder nicht. Jedenfalls habe ich extrem Bock auf diesen Charakter. Ist auch halt einfach mal was anderes. Klar, Syndicate, schön und gut. Aber das war halt eine andere Geschichte damals. Da konnte man permanent wechseln und es war sowieso total austauschbar. Jetzt entscheiden wir uns am Anfang Alexios oder Kassandra. Ich habe auf jeden Fall Bock auf Kassandra. Ist mal eine Abwechslung, wie gesagt, zu diesen ganzen männlichen Assassinen, die wir sonst immer hatten. Ich meine, grundsätzlich ist es ein bisschen unlogisch, dass wir so eine große Kriegerin sind, denn die gab es damals natürlich im Endeffekt eigentlich nicht. Vielleicht mal ein paar Amazonen. Waren die überhaupt echt oder gab es die nur eine Fiktion? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da mehr wisst. Vor allem natürlich die Historiker unter euch. Generell muss ich auch sagen, finde ich das ziemlich cool, dass wir so viele verschiedene Leute mit verschiedenem Input hier unter den Videos immer finden, die auch die einzelnen Aspekte nochmal aus einer anderen Perspektive beleuchten können, als ich das zum Beispiel kann mit einem betriebswirtschaftlichen und Marketing Hintergrund. Jedenfalls ist Kassandra echt ein sehr, sehr geiler Charakter. An der Stelle möchte ich einfach mal was teasern, was jetzt hier am Freitag auf meinem Kanal kommen wird. Und das ist eine Kassandra Cosplayerin. Die heißt Creepy Princess Cosplay. Checkt auch auf jeden Fall mal ihr Instagram aus. Ach und wo ich schon dabei bin, den guten Taker. Den könntet ihr auch mal abchecken. Der kommt übrigens auch in dem Video vor. Das ist dann eben der passende Gegenpart der Alexios. In diesem Video hier geht es aber wie gesagt um Kassandra. Kassandra ist ein Charakter, der sehr ausbaufähig ist, meiner Meinung nach. Klar, Alexios auch irgendwie, aber er wirkt optisch zumindest ein bisschen weichgespült und stereotypisch. Während Kassandra ist eigentlich nur ein subjektives Empfinden und kann von jedem anders wahrgenommen werden. Das ist dann auch weder richtig noch falsch, wenn ihr da sagt, ja Alexios ist viel geiler. Das ist dann eure Meinung und das ist völlig in Ordnung. Ich persönlich habe einfach meine Tendenz an der Stelle, subjektives Empfinden und das ist auch nochmal ein bisschen was, was ich hier rüberbringen möchte. Das ist einfach nicht falsch, wenn ihr sagt, okay Alexios finde ich besser. Alles klar, dann wählt ihn doch. Dafür gibt es doch diese Funktion. Kein Grund zum Streiten. Ich finde es lediglich interessant auch eure Meinung dazu zu hören und vielleicht schafft es ja einer von euch mich sogar noch umzustimmen, doch den Alexios zu picken. Aus irgendeinem phänomenalen Grund, da bin ich richtig gespannt. Ich würde sagen, das war es dann auf jeden Fall zu meiner Motivation, warum ich hier die Kassandra spiele und wir sehen uns dann im nächsten Video zu Assassin's Creed. Ich habe schon richtig Bock auf Freitag, bin total aufgeregt und würde euch das am liebsten jetzt schon zeigen. Bis zum nächsten Mal, euer FragNath. Bis zum nächsten Mal, euer FragNath.